Eine Schule wegen Corona? Ach du meine Güte, wie sollen denn die ganzen Schüler dann was lernen? Wir kommen dann mit dem Stoff überhaupt nicht mehr vor, dann Arbeitsaufträge, Arbeitsaufträge! Dieser Arbeitsauftrag ist für morgen 20 Seiten. Das hier ist dann für übernächste Woche. Hallo liebe Schüler, bitte macht alle Aufgaben von Seite 1 bis 250 für diese Woche. Ach mein Gott, den Kindern wird wahrscheinlich langweilig sein. Mehr Lernstoff! Hallo Frau Panama, wie viele Hausaufgaben haben Sie denn aufgegeben? 80? Ich habe 220 aufgegeben und 10 Arbeitsaufträge. Das hier sieht ja auch noch ziemlich super aus, das kann ich den Schülern ja auch noch abschicken, damit die das noch bis morgen machen. Liebe Schüler, alle Arbeitsaufträge werden benotet und fließen in eure Gesamtnote ein. Oh, perfekt! Dieses Buch, voll mit Aufgaben, die niemand lösen kann. Das wird der nächste Arbeitsauftrag. Lernstoff, 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 Anni Schüller, arbeite frei!